Der Foodtruck ist extrem cool, also es macht unheimlich viel Spaß da drin zu stehen, auch mal aus seinen eigenen vier Wänden rauszukommen und wieder mal sich an ein anderes Arbeiten gewöhnen zu müssen. Was natürlich auch gut ist, ist der direkte Kontakt, den man einfach zum Gast hat. Also man steht im Foodtruck, der Gast sieht, okay, der macht das selber, der brät das an, der richtet das an, holt das aus dem Ofen, plätet das dort und gibt es dir an. Und darum finde ich das wirklich super speziell und auch letztes Jahr war das, habe ich ja den Foodtruck eigentlich fast jeden Abend selber gemacht, weil ich total gern das gemacht habe. Und es hat mir unheimlich viel, viel Spaß gemacht, weil man eben auch so direkten Kontakt hat mit den Leuten, weil man mal wieder auch anders kocht oder sagt ja okay, jetzt habe ich mir Bock auf so richtig gutes Streetfood. Das kann ich natürlich dann auch aus dem Foodtruck besser machen, als es vielleicht hier im Restaurant. Also sind extrem super Erfahrungen, mache ich gern.